Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Surviving Games of the Hive und heute spielen wir zusammen mit Melly mal wieder. Hallo! Hi. Ähm, immer noch zwei Accounts und so und wieder mit Shader. Und ich muss jetzt einmal kurz angeben, ich spiele mit Shader und auf Sichtweite 32 Chunks Extreme und ich habe einfach, was, nur 60 FPS, was ist los bei mir? Ja, allgemein. Ah, das liegt an der Aufnahme, ja. Entschuldigung. Entschuldigung für diese minderwertigen FPS-Anzahl. Ah! Ich habe einen Bogen und Essen. Ja, ehrlich? Töte! Oh mein Gott. Ich habe gerade ein bisschen eins bei dem Töten mit mir. Das ist immer direkt hinter dem Polsat, der muss ich töte. Ja, den habe ich auch gesehen. Oh, ich liebe diesen Shader, der sieht einfach so geil aus. Oh, ich glaube, ich bin gerade gekommen. Nein, Spaß. Aber ich war kurz davor, ohne Witz jetzt. Vor allem unter Wasser sieht das auch richtig geil aus. Oh. Oh. Shader ist toll, oder? Soll ich mal die Lettöte, die hinter uns sind? Ähm, kannst du machen. Wenn du es schaffst. Wenn du nicht zu nah rankommst. So, okay. Ähm, ist sie oben? Ja, das ist eine Kiste. Oh, ein Steinschatten. Nice. Ist da noch? Ja, das ist auch ein Reiner. Okay, jetzt muss ich safe. Äh, okay. Ja, okay, der lässt rübergehen. So. Hoi. Oh, ich muss einfach das unter Wasser nochmal zeigen. Das sieht so geil aus. Boah. Das sieht richtig geil aus. Oh. Oh. Schade. Wie weit ich einfach gucken kann, ich sehe immer noch den Spawn. Er stoppt. Ja. Die Brücke noch so ein bisschen. Ich liebe meinen Computer so sehr. Oh man. Das sieht so geil aus mit Shader. Ihr könnt hier mal schreiben, ob ihr Shader besser findet oder eben nicht. Aber ich finde Shader einfach viel besser. Vielleicht ist man damit nicht so gut in PvP, aber es sieht einfach so viel besser aus. Das geht gar nicht. Gehen wir halten. Oh Gott. Das Video wird wahrscheinlich gesperrt, weil es zu geil aussieht. Zu erotisch. Oh, ist das geil. Ab 18. Ja, genau. So. Das ist übrigens unsere Route hier zum Schiff gehen. Ne? Mhm. Ne, das ist nicht unsere Route, deswegen laufen wir längs. So. Ah. Was haben wir da so? Was haben wir da so? Ich hab ja Eisen übrigens, also wenn du in den Tag stand. Ja, ich hab auch ein Eisen. Echt? Cool. Ich hab Stecks. Ich hab Stecks. Oh, war geil. Da. Warte mal kurz, da kommt einer hoch. Was? Da kommt einer hoch. Oh mein Gott. Oh. Vier Herzen. Willst du den holen? Ne, der darf weg. Ich hab den hinterher zu laden. Okay. Ich hoffe jetzt erstmal. Ja, ich guck mal, dass er nicht wiederkommt. Ah, der hat mir voll gegeben. Ja, okay. Ja. Einen Abend mit jeder Schuh. Äh, kannst du zuhaben. Kannst du kurz aufpassen, dass er nicht kommt? Ja. Dann hol ich auch die Kissen. Der kriegt alles von mir. Und? Ja, von dir auf jeden Fall. Ja. Oh, fuck Teams. Oh. Nein, fuck dir steht da. Wir sind kein Team. Ist das der? Ja, wir sind kein Teams vor allem. Ja. Keine Ahnung. Aber wir sind kein Team. Du bist ja eher in der Behinderung, ne? Ach. Äh, kommt ja. Danke. Danke. Geh dich ja hängen. Nein. Warum auch? Ich bin doch toll. Ich bin voll geduldet, ja. Ja, bist du. Ich hab immer noch keinen Hanisch gefunden. Was ist denn das? Ich hab noch gar keine Gerüchte. Ja, ich kann dir gleich ein bisschen was geben, aber ein Hanisch wär trotzdem cool. Seht ihr noch Kisten? Hallo. Ich hab auch noch keine Angel. Ah, Hanisch endlich. Aber trotzdem keine Angel. Man kann nur auf der eine Seite hochkommen, oder? Auf der anderen Seite kitzert, gell? Ja. Wie viele Sticks hast du? Äh, eine. Okay. Das hätten wir uns eine Angelcraften können. So, äh, wo bist du? Da bist du. Ich bin mal bestimmt. Bestand hier vorn. Und bestimmt da vorn. Und das war's. Wir haben nicht so die geilste Aufrüstung. Ach, das geht doch. Ich bin aber kurz schnell. Ja. Ah, ich kann Dings machen. Ein paar Brote. So. Das ist gut. Das noch da, das noch da. So. Dann, können wir jetzt weiter. Oh, da hinten sind zwei. Ja. Oh, die haben beide Angeln. Oh, da sind drei. Und das sieht so geil aus mit dem Wasser, wo sich alles drin spiegelt. Oh mein Gott. Wir helfen ihm einfach mal. Oh, der eine ist tot. Kannst du mich bruschen? Ne, ich hab keine Ahnung. Ne, ich hab keine Ahnung. Den da will ich töten. Hat der ein enchantedes Schwert, oder sieht das nicht aus? Oh. Ich grüße mich nicht zurück. Oh. Ich glaube, er will mich angreifen. Ja. Von hinten. Oder der andere kommt von hinten. Warte mal. Ja. Oh mein Gott. Ich hab zwei Herzen. Lol. Was? Woher? Auf einmal. Lol. Ich hab schon ein bisschen Angst. Ich hab Wagen ineinander glaube ich. Hm? Oh mein Gott. Ich bin immer noch low. Was ist denn das? Ich bin noch voll. Also, ist okay. Willst du den holen? Ja, weil ich den kriege. Na, der hat besser Ausrüstung als du. Äh, geh mal nicht zu dichter ins Land. Oh, der ist cool. Wie heißt der Typ da vorne? Irgendwas mit er, oder? Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Du musst doch aufgeben. Ja. Oh, er soll mich die angegeben. Ah, ich hab sie. Er hat sie noch gehabt. Danke. Okay. Jetzt lass uns den holen. Warte, warte. Pass auf. Wie viele Erz hast du? Ich bin voll. Ich glaube ich. Ehrlich? Ja. Oh mein Gott. 2 Hits. 2 Hits, oder? Nein, der macht sau schade, ey. Ja, eben. Oh mein Gott, ich hab Ends. Was? Gehen ab? Ja, das hatte ich vorhin aber auch. Warum ist der so gut? Hä, lol? Der ist einfach... Oh mein Gott, der hackt. Der ist einfach am Hacken, der Typ. Lol. Was ist los bei ihm? Warte mal. Hacks. Ey, pass auf, pass auf. Der hackt, ne? Wie gesagt. Ja, ich hab noch... Ich hab noch mal getroffen. Oh, ich glaube er slow. Dieser Reptiltyp. Der hackt einfach. Ich komm da nicht drauf klar. Der ist einfach am Hacken. Oh mein Gott. Wie lobes? Wie lobes? Wie lobes ihn du? Ja, ich hab voll. Ja. Oh, lol. Das war ich. Komm schon, den kriegen wir. Scheiß Hacker. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du ihn zweimal grad getroffen? Nee, das war eher mit der Angel, glaub ich immer. Oh, sein Angel ist kaputt, nice. Ja, sein Angel ist kaputt, nice. Ja, jetzt hab ich ihn zweimal getroffen. Ja, 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 ja. Nice. Okay, geil. Dover Hacker. Ich glaub, dass er gehackt hat. Das sah so aus, weil er... Der hat doch gar nichts. Da hast du ne Goldhose. Ah, der hat einfach... Der hat einfach weh... Oh mein Gott, das ist so komisch aus, dass er gegessen hat. Ich weiß nicht, ob er gehackt hat. Also, falls derjenige, der das war, das Video jetzt sieht. Keine Ahnung, ob du gehackt hast, aber es sah so aus. Könnte ja sein, keine Ahnung. Na. Ich hab ihm was für den, ich hab nichts für den. Soll ich ihm Sachen gebe? Ja, gib ihm Sachen. Wir müssen jetzt mit ihm teamen. Das ist ja sonst richtig assi. Hat er denn keinen Hanisch für dich? Du hattest bestimmt ne Hanisch, oder? Das ist kein Hanisch. Du gibst ihm einfach den Hanisch. Was ja? Das hat sein Bein anzuziehen. Oh. Schlau Kopf. Oh mein Gott. Egal. Oh, das sieht einfach so geil aus mit Shader. Ja, ich könnte einfach die ganze Zeit nur rumschwimmen. Oh. Das sieht so geil aus. Hast du einen? Äh, ne, hab ich auch einen Bogen. Ja, wo hab ich auch drei Stück? Lauf bei uns. So, ähm. Ich überleg grad, über was könnten wir denn jetzt noch reden? Ich hab den Shader erwähnt. Ähm. Ist irgendwas noch offen auf meinem Kanal? Ich überleg grad. Der Flashmap kommt bald. Ähm. Ja. Der Flashmap kommt bald. Ähm. Ja. Der kommt bald. Also dann werd ich aber noch ein Video dazu machen. Wenn er kommen sollte. Damit ihr wisst wann und wo. Und was. Und so. Der Typ findet das voll krass, dass wir skypen. Ja, das ist echt geil. So krass. Ist wunder. Ich hab mir auch keine 10 Stunden am Tag. Ich hab grad ein bisschen körperlos aber. Au. Lol. Alter. Habe ich dich da reingeboostet? Hä? Oh my god. Da hat irgendjemand unsichtbares Feuer gemacht. Das ist auf dem Eis wahrscheinlich irgendwo. Oder so. Na, ich hab's ausgemacht. Man kann auch unsichtbares Feuer auf Kisten machen. Das ist voll cool. Irgendwie. Ich hab übrigens 5. Ich hab übrigens 5. 5. Hat er irgendwas? Oh, er hat nen Eisen. Yay. Irgendwie mag ich den Typen. Keine Ahnung. Bei mir jetzt killen wir ja Deathmatch. Ralsch. Nein, das wird zu assi. Das wird zu assi. Natürlich machen wir 3 Team mit Deathmatch was und sonst. Was ist los bei uns? Sonst gewinnen wir ja nicht. Oh, das ist ja richtig assi eigentlich. Ja, aber was sollen wir machen? Wir können ihn jetzt nicht töten. Das wird's richtig assi. Stimmt irgendwie, ja. Äh, da vorne sind zwei. Geil. Oh, ich liebe den Shader. Ich hab auch so viel hier. Oh, die feiten sogar. Ja, dann haben wir jetzt geiler Deathmatch. Oh, komm schon. Oh, das ist einfach die beste Runde. Haben wir überhaupt schon. Loil, der ist auch am hacken, oder? Oder war das eine Angel, die mich so komisch getroffen hat? Oh, pass auf, ehrlich. Ja, sonst lasst bis zum Deathmatch warten. Dann haben wir den eh. Oh, loil. Wo ist der Earthmatch hin? Warte mal, hab ich immer noch gefeile. Ja, lass warten. Ja, lass warten. Oh, den kriegen wir schon spätestens im Deathmatch. Und wie geil das aussieht, wenn die Sonne untergeht. Oh, dieser Sonnenuntergang. Oh, der sieht... Oh, der sieht... Oh, nein, Schuss. Nur dreifass. Oh, das sieht so geil. Ohne Spaß, ne? Mit Shader sieht das einfach so viel besser aus. Ich glaub, für den Rest des Videos nehm ich mal einen anderen Shader, damit ihr so einen Vergleich habt. So, nehm ich mal den Seuss-Ultra-Shader. Oh, der ist auch ziemlich geil. Der ist ziemlich realistisch, finde ich. Aber ich find den anderen besser. Ich glaub, den haben wir. Zu dritt. Locker. Ich geh mit dem Deathmatch stellen. Ich geh mit dem Deathmatch stellen. Ich lass mich... Ich hab mich jetzt zurück. Okay, brauch ich 3er-Team, das echt wird. Ja, das ist mega. Aber wir können den anderen jetzt einfach nicht killen. Wir können den anderen einfach nicht killen. Das wär richtig assi. Er ist Team und so. Boah. Jetzt lauf ich mal weg. Jetzt bin ich low. Oh. Das liegt auch daran, dass wir so schlechte Ausrüstung haben. Ehrlich. Boah. 3er-Team im Deathmatch. Wir sind gut. Wir töten ihn zu dritt. Nein, weißt du. Nein, okay. Hätt ich auch aus. Ich hab mich da raus. Ey, wenn ich sterbe, dann ist aber deine Schuld, ne? Okay. Wow. Das ist so uns. Super so weit. Ich hilf mich schon mal. Voll zwischend, lol. Oh. Oh nein. Die Copas sind bei mir im Text und Text so durchsichtig. Das ist nicht voll selten. Nice. Ja, ich hab ne. Ja. Okay. Und was jetzt? Tut mir leid. Wenn du das Video siehst, tut mir leid. Ich wollte nicht. Elite Opfer, das ist bestimmt so nicht. Ich hab Ausrüstung für dich. Warte mal. Okay. Was wollen wir jetzt machen? Sollen wir den abdickeln, oder? Ja, klar, no. Ich weiß nicht. Irgendwas müssen wir jetzt machen, oder? Ja, eben. Immer nochmal den anderen Shader, weil ich den irgendwie cooler finde. Na, der ist heller. Der ist schöner. Und jetzt. Scheiße. Wollen wir ihn einfach... Wollen wir ihn einfach... Okay, es geht los. Go. Lass ihn killen. Und dann machen wir fair. Oh, warte mal. Der ist auch noch. Oh. Der ist gerade immer so gut. Oh, die warst du noch mit. Nein, Abschaub. Oh mein Gott. Nein. Komm schon. Nein. Der tötet mich jetzt wahrscheinlich noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war jetzt... Immer auf 3. Oh nein, komm schon. Ich glaube ich hab dich getötet. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Nein, er hat mich getötet. Ne. Ne. Doch, er hat mich getötet. Ich hab dich, glaube ich, zweimal getötet oder so. Scheiße. Oh. Egal. Egal. Auf jeden Fall. Leute. Ich hab jetzt Shader. Und du musst jetzt irgendwas sagen, was in die Kommentare schreiben sollen. So Hashtag irgendwas. Hast du ne Idee? Hashtag Knäckebrot. Hashtag Knäckebrot. Ja. Okay. Also wenn ihr bis hin geguckt habt, schreibt mal Hashtag Knäckebrot in die Kommentare. Und für die, die nicht wissen, warum ich Knäckebrot sage. Knäckebrot sagt man zu Gegnern, die man leicht töten kann. Weil man sie einfach so zerbricht wie Knäckebrot. So einfach ist das. Ist so. So. Ich hab's jetzt irgendwie geschafft auf den Baum hier zu kommen. Und freut mich jetzt grad bei so Keks. Und ich sag auch bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein. Und tschau tschau. Tschüss. Tschüss. church. to Bis zum nächsten Mal.